Man sieht schon, dass du so keinen Bock auf dieses neudige Zentralbank-Zeug hast. Und dann bin ich halt der Meinung, wenn du keinen Bock auf das hast, dann mach halt einen anderen Job. Holy shit, das ist wirklich ein ganz anderes Geschäftsmodell, ganz andere Dynamiken. Wenn du Nutzer auf einer Plattform hast, die auch noch eine gewisse Erwartungshaltung haben. Snowball Derivatives feed Chinas Stockmarket Avalanche. Wie sicher ist mein Depot vor Hackerangriffen? Ich hab mich so an die Lehrer erinnert, die dann früher immer gesagt haben, was denn, Äpfel oder Birnen? Einheiten. Marktgeflüster. Herzlich willkommen zum Marktgeflüster-Podcast. Heute haben wir Folge Nummer 80, also quasi ein kleiner Geburtstag auf dem Weg zur 100. Und die Frage, die ich mir immer stelle, Holger, schafft mir zuerst die 100. Folge oder erst die 10.000 Abonnenten auf YouTube? Ich würde ja am liebsten sagen, also erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich würde ja am liebsten sagen, die 10.000 Abonnenten auf YouTube, aber ich befürchte, es wird eher die 100. Folge werden. Okay, gut. Also in 20 Wochen. Wenn nicht wieder was ausfällt, wenn ich nicht entscheide, krank zu werden. Wenn ich nicht entscheide, krank zu werden oder sonst was. Wobei ich schon, es haben sich jetzt bei mir einige Leute aus dem Bekanntenkreis gemeldet, dass sie gerne auch mal Vertretung machen würden. Ach echt? Wir haben jetzt quasi andere Optionen als Jan. Müssen wir uns dann überlegen, was wir tun, wenn es soweit ist. Naja, Jan hat uns ja einmal, nee, hat er nicht. Ich wollte gerade sagen, Jan hat uns ja einmal fallen lassen, aber dann haben wir einfach einen Tag früher aufgenommen und dann hat er keine Ausrede mehr gehabt. Genau, da wollte er irgendwie, ja, er hätte irgendwie Corona oder sowas, glaube ich, und er ist krank oder, ja, ja. Ja, solche Ausreden kenne ich. Solche Ausreden kenne ich. Ja, also das geht. Das geht in der Regel gar nicht. Ich muss dich direkt mit was überfallen. Bitte. Wo ist mein Finanzfluss-Hoodie? Ähm, 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 weiß ich nicht. Warum willst du einen haben? Ja, weil ich sehe, auf Instagram habe ich jetzt gesehen, dass irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, vielleicht arbeiten ja bei euch, aber alle Finanzfluss-Hoodies posten. Hast du unser Adventskalender verfolgt? Äh, 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 im Dezember hatten wir einen Adventskalender, wo wir Kürze gepostet haben. Das kenne ich natürlich. Genau, genau. Ich habe jedes Reel mit Arno kommentiert. Sehr gut. Ähm, genau, also wer da mitgemacht hat, konnte ein Finanzfluss-Hoodie gewinnen, ja. Von daher musst du dir selbst die Frage beantworten, wo Hoodie. Dann verstehe ich das zumindest. Ich dachte nämlich schon, dass es jetzt wieder so eine neue Geschichte mit diesem Stift von dieser ominösen Lisa, äh, Lisa O. wird. Aber, ähm, ich habe eine Idee für euren Finanzfluss-Weihnachtskalender nächstes Jahr, was im 24er Türchen drin sein könnte. Nämlich? Der Diss Track. Der Diss Track. Eine goldene CD mit dem Diss Track drauf. Von Arno. Genau. Die wird gesigned, ja. Ja, was haben deine Recherchen ergeben? Hast du ihn gefunden schon oder hast du die Flinte ins Korn geworfen? Meine Recherchen bedeutet ja, dass ich auf unsere zigtausend Millionen Hörer setze, dass mir irgendjemand zuschickt, wo der Diss Track ist. Also ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich habe aber auch noch nicht viel recherchiert. Ich hatte heute jetzt erstmal Klausur und die letzte Vorlesung in dieser Woche. Deswegen brauche ich jetzt erstmal Zeit, um mich quasi von dem wahnsinnigen Stress zu erholen und dann suche ich mir den Diss Track. Sehr gut, sehr gut. Aber Streiken stand bei dir noch nicht an. Bist du eigentlich in einer Gewerkschaft? Nee, ich darf ja nicht streiken. Ich bin ja Beamter. Ich bin ja... Gibt es eine Gewerkschaft? Oder der Finanzprofessoren? Nee, aber es gibt den Beamtenbund, der dann immer zusammen mit den anderen, die anderen Verdi und Co. die Verhandlungen führt, wenn es um den Tarifvertrag geht. Aber streiken darf ich nicht. Das ist ja immer das, was der Klassiker ist. Also man streikt dann bei dem Streiks immer so die Kindergärtner und die Krankenpflegerinnen vor. Dann sagt jeder, oh ja, die brauchen auf jeden Fall mehr Geld. Und dann kriege ich es auch. Und dann kommen die Finanzprofessoren und kriegen auch mehr. Ja, eigentlich ist es schon ein Arschloch, weil die Beamten sitzen daheim und kriegen es dann oftmals trotzdem. Wobei es dann natürlich jetzt fairerweise, muss man wieder sagen, manchmal kriegen sie es nicht. Da wird dann irgendwas gekürzt oder verschoben oder sonst was. Aber also ich darf nicht streiken, Punkt aus. Ja, mir fließt gerade eine kleine Träne. Aber halt mir das Thema noch zurück, denn bezüglich Gewerkschaft und Co. habe ich gleich noch was für dich. Dann lass mich aber auch was fragen, Gewerkschaft und Co. Wie ist denn das bei Finanzfluss? Habt ihr einen Betriebsrat? Gibt es keine. Einer hat es mal versucht zu gründen, der hat unerfreulicherweise am nächsten Tag seinen Job verloren. Nein, Spaß beiseite. Schwierig, schwierig. Bisher kam dieser Wunsch noch nicht auf. Ich weiß nicht, welcher Größe das sein muss, aber ja. Werbung. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Und zwar möchte ich euch noch auf die Bonusaktion von Scalable Capital aufmerksam machen. Dort bekommt ihr noch bis zum 31. Januar einen Bonus von bis zu 50 Euro. 25 Euro, wenn ihr euch für den Freebroker entscheidet, 50 Euro für Prime oder Prime Plus. Übrigens auch für Bestandskunden, die upgraden. Und zusätzlich lohnt es sich jetzt auch noch Freunde zu werden, denn dort könnt ihr euren Bonus nochmal upgraden und bekommt dann die 50 Euro statt 25 Euro. Alle Konditionen findest du unter scalable.capital oder über den Link in den Shownotes. Werbung Ende. Sehr gut. Und wie war sonst deine Woche so? Du wirkst sehr, wie kann ich das positiv formulieren, gestresst. Echt? Ja. Nee, geht mittlerweile. Also wir hatten ja den Co-Pilot, also wir haben ja den Co-Pilot live gestellt. Letzte Folge hatte ich es ja schon erwähnt gehabt. Das ist ja unsere Software. Und holy shit, das ist wirklich ein ganz anderes Geschäftsmodell, ganz andere Dynamiken, wenn du Nutzer auf einer Plattform hast, die auch noch eine gewisse Erwartungshaltung haben, was so Stabilität und solche Sachen angeht, als wenn du einfach nur Content ins Internet stellst. Von daher haben wir tatsächlich, ich hatte es angekündigt, dass am Sonntag ein Video kommt, das haben wir dann tatsächlich verschoben. Nee, es kam nicht. Wir wurden komplett überrannt mit Anfragen und so weiter. Und viele Banken haben uns auch im Stich gelassen. Also du kannst ja direkt deine Banken einbinden. Also Banken, genau, Banken einbinden, genau, deine Depotdaten übertragen. Und ja, wenn zu viele Leute auf einmal darauf haben, ich glaube, nur mit einem Livestream 1000 neue Nutzer generiert. Das kann man, glaube ich, soweit sagen. Und da kamen unglaublich viele Tickets rein, so von wegen der Broker ist down, der Broker ist down. Und dann gibt es noch viele, wir haben im Vorfeld ja gerade schon mal darüber gesprochen, Arno ist ein Pixel-Fanatiker, sagen wir es mal so. Also der erkennt direkt, wenn irgendwo zwei Pixel-Margin zu wenig sind und die, ja, unser Partner, mit dem wir das Ganze machen, mit dem wir insgesamt sehr happy sind, aber die sind nicht so frontend fixiert. Also das, was du siehst, ist so, naja, die nervige Nutzeroberfläche und wir wollen die geilen Sachen im Hintergrund machen. Und genau, deswegen müssen wir uns da noch ein bisschen einspielen. Und ja, aber Arno macht das ganz gut, der kreizt sich dann immer eine Frontend-Entwicklerin und dann sind die acht Stunden am Stück im Call und die Arme hat Schweißperlen auf der Stirn, aber wird alles durchgeballert. Von daher, wir müssen auch ein bisschen zurecht drücken. Ja gut, aber hätte ich auch Angst, weil wenn sie irgendwas falsch macht, dann kriegt sie gleich ein bisschen weg, reingedrückt. Ja, na klar. Ja, ich glaube, sie ist sogar Ukrainerin und ja, sehr, sehr trocken so in ihrem Umgang. Das ist ganz cool, wenn Arno dann mal ein bisschen, ich war auch manchmal mit in den Calls, versuchen so ein bisschen Smalltalk zu machen, so, guys, I need to concentrate und so, okay? Sehr sympathisch. Sehr sympathisch, oder? Wenn man dir sagt, halt mal die Klappe, ich würde gerne meine Arbeit machen. Fuck this, let me work. Sag ich jetzt, sorry, wir haben halt nicht denselben Job. Meine Arbeit ist es halt zu labern, weißt du, so. Das sieht man ja in diesem Podcast. Ja, ansonsten viel Action und ja, aber am Sonntag wird auch nicht das Video kommen, es wird ein anderes Video kommen, nämlich diese Finanzprodukte benutze ich. Und, äh. Aber da kommt ja wahrscheinlich auch Copilot vor. Da werden wir den Copilot erwähnen, natürlich. Aber wie ist denn deine Erfahrung? Ich habe so das, das, das müde Gefühl, dass du dich noch gar nicht so wirklich da reingeklickt hast. Ähm. Oder? Weil normalerweise, ich gehe mir davon aus, wenn irgendwo pixelmäßig was nicht stimmt oder datenmäßig was nicht stimmt, dass ich dann direkt auf unserem Messenger unserer Wahl bombardiert werde von dir und dieses Bombardement ist ausgeblieben. Ich, ich habe mich zurückgehalten. Ich dachte mir, wenn ich jetzt mit meiner Anfrage komme, dann schlägst du gleich die Hände über dem Kopf zusammen. Weil tatsächlich, ja, manche meiner Produkte sind nicht, äh, auffindbar. Schön. Was vermutlich daran liegt, dass es in Deutschland nicht zugelassene Fonds sind. Und dann ist es, glaube ich, also ich hatte mir, ich hatte mal, ähm, wenn ich das erwähnen darf, äh, ist ja auch jetzt Konkurrenz, Stockfree, gefragt, ob sie mir folgende Fonds aufsetzen können. Haben sich gemeint, ja klar, von den Daten her schon, aber die sind in Deutschland nicht zugelassen. Deswegen dürfen die die gar nicht anzeigen, weil das könnte einem schon als Vertrieb ausgelegt werden. Ähm. Ja, wobei der Unterschied ist, also Stockfree, die können ja, ähm, Orders quasi auslösen. Also du kannst ja dort quasi dein Portfolio tracken und deinen Broker verbinden und dann eine Kauf- und eine Verkaufsorder auslösen. Bei uns ist es ja rein informativ. Wir lesen ja quasi nur und zeigen dir Informationen an. Ähm, aber wenn du dieses Produkt haben wollen würdest, könntest du es über uns ja auch nicht kaufen und auch keine Order an deinen Broker übermitteln. Ja, okay, das kann es natürlich sein, weil es betrifft jetzt tatsächlich nicht nur einen Fonds, sondern es sind mehrere bei mir. So alles, was halt keine Vertriebszulassung hat. Ähm, aber das macht Sinn, weil klar, die routen auch Orders. Ähm. Aber was interessant ist, ist, ähm, du kannst es ja trotzdem manuell pflegen. Außer, dann hast du halt zwar nicht permanent die, 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 die ganzen Kurse, aber wenn dein Hedgefonds dir einmal im Quartal... Ich wollte gerade sagen, einmal im Monat, einmal im Monat kriege ich das. Einmal im Monat. Das kann ich auch gerade noch manuell eintragen. Vielleicht, äh, vielleicht können wir dir, ähm, Gold-Support, äh, stellen. Dieses Produkt gibt es noch nicht. Aber dann kannst du uns einfach ein Auto-Forward von deinem, äh, von deinem Lagebericht im Monat schicken und wir tragen es dann händisch für dich ein. Das, äh, Markus soll das bitte machen. Markus. Wenn Markus das händisch macht, das fände ich natürlich sehr sympathisch. Mit einem blauen, äh, immer mit einem blauen, äh, Herzen versehrt. Genau, genau. Damit er weiß, es ist, es ist drin. Okay, ich spreche mit ihm drüber. Ähm. Finde ich gut. Finde ich gut. Ähm. Wenn er, wenn er nicht mit als Datenschutzbeauftragter zu sehr beschäftigt sein wird. Ich wollte diesen Witz jetzt extra nicht machen, aber vielen Dank, dass du ihn noch daran geschoben hast. Gut. So, jetzt müssen wir mal, also ernsthaft mal, und wenn wir sagen ernsthaft, ernsthaft, meinen wir es ausnahmsweise mal ernst. Ja, diesmal wirklich eine Sache, die uns ziemlich geschockt hat, diese Woche, die auch krass durch LinkedIn gegangen ist, wo ich auch deswegen noch nichts zu gepostet habe, oder überhaupt nichts zu gepostet, weil es mich auch geschockt hat, und dich auch, ähm, ein Professorenkollege von dir, ähm, der auch vieler finanzlos, ähm, ähm, schon zu Gast war, äh, ist überraschend verstorben, Professor Sandner. Ähm, viele von euch kennen den sicherlich als den Blockchain-Professor von der Frankfurt School. Äh, ich hatte, er hat mich auch schon mehrfach zu sich nach Frankfurt eingeladen, immer wieder habe ich, äh, habe ich verschoben, und, äh, ja, er ist überraschend im Alter von 43 Jahren gestorben. Ähm, das ist schon krass. Das ist, ähm, komplett krass. Du hast ja, glaube ich, bei ihm studiert auch noch, oder? Mm-mm, nee, der ist später in die Frankfurt School gekommen, aber... Okay, später, aber weites Frankfurt School. Ja, ich hatte letztes Jahr, ich hab ihn ja nicht wirklich gekannt, aber hab letztes Jahr mit ihm zusammen einen Podcast gemacht, ähm, war war in seinem Podcast quasi eingeladen, hab mit ihm dann auch so ein bisschen E-Mails hin und her gemailt, ähm, und ich, ich muss jetzt dazu sagen, ähm, ich hab bisher das große Glück gehabt, dass in meinem, sagen wir mal, Freudes- oder auch Bekanntenkreis jetzt in, 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 im selben Alterslevel, wie ich das bin, jetzt noch nicht so viel solche Sachen passiert sind, und, äh, dann hat mich das tatsächlich wirklich schon sehr schockiert. Also, ich will jetzt jetzt sagen, dass ich ihn sehr gut kannte, das stimmt ja nicht, aber trotzdem, dass, dass, das, ähm... In dem Alter und vor allem so plötzlich, ne? Ja, genau, so plötzlich, und dann, ähm, das, das, äh, erschüttert einen schon manchmal ein bisschen in seinen Grundfesten. Also, das ist auch kein Spaß, das ist jetzt ernsthaft gemeint ausnahmsweise. Ja, ne, ne. Er hatte auch zwei, äh, zwei Töchter und, ähm, was halt krass ist, man weiß nicht, was passiert ist, also, glaub ich zumindest, ich konnte das in den Medien nicht entnehmen, aber, ähm, vier Tage vorher, also, ich glaub, das Datum war der 16., wo er verstorben ist, und am elften, also fünf Tage vorher, hat tatsächlich Monat noch mit ihm geschrieben, um, äh, Originalzitate, äh, für, zum Thema, äh, Krypto und Blockchain zu bekommen, also, ja. Ja. Richtig krass. Hm, von daher, ähm, ja, sie werden es ja wahrscheinlich nicht hören, aber trotzdem sprechen wir mal unser, unser Beileid und viel Stärke für, für die Familie von, äh, von Professor Sandner aus. Gut. Jetzt... Wolltest du noch was ergänzen? Ne, wollte ich eigentlich nichts ergänzen. Ich bin bei sowas auch ganz schlecht normalerweise, aber das hast du sehr gut gesagt. Ja, aber ich finde, es kommt gut, äh, es gehört trotzdem in diesen Podcast mit rein. Ja, ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall. Hm. Jetzt müssen wir uns irgendwie versuchen, wie wir die, die Überleitung zu den restlichen Themen wieder hinbekommen. Ja, zum Glück, äh, zum Glück sind es keine Spaßthemen direkt im Anhang, von daher, von daher geht es, äh, geht es gleich, äh, wird der Übergang einfacher. Die Wochenhighlights. Und zwar hat jemand, den ich tatsächlich nicht kannte, kennst du Netzlehrer? Ja. Also, du hast mir diesen Screenshot geschickt. Genau, also, das, das fand ich, ähm, fand ich krass. Ähm, also, ähm, uns wird damit implizit vorgeworfen, dass wir, also unser, unser Marktgeflüster, sagen wir mal so, wie es ist, Leute, Marktgeflüster verbreitet, ich zitiere in Anführungszeichen, rechtes Gedankengut. Punkt aus. So ist es. So steht's da. Etwas differenzierter betrachtet, heißt es, äh, hat, hat diese Person, und ich, ich, ich kann mich damit auch, also, ich bin da gar nicht so anti, also, ich hab ein bisschen länger drüber nachgedacht, aber so falsch ist es, gar nicht geschrieben, dass Finanzpodcasts häufig als Einfallstor für rechtes Gedankengut, äh, dienen. Und da musste ich echt mal so ein bisschen nachdenken und dachte so, hm, naja, eigentlich nicht. Und, ah, schade, eigentlich wollte ich noch ein Video dazu raussuchen. Ähm, tatsächlich ist es gar nicht so falsch. Also, gerade in dieser ganze, ähm, Crash-Propheten-Bereich, ähm, ist tatsächlich sehr, sehr, ähm, von den, von den Aufmachungen her, von der Panikmache, von den Titeln und so weiter sehr, sehr AfD-nah, muss man schon sagen. Und, ähm, es wird ziemlich viel mit Hetze und Panikmache, ähm, ähm, geworben, sozusagen, beziehungsweise die Thumbnails. Also, es gibt Leute aus dem Finanzbereich, also, jetzt ohne Namen zu nennen, ne, aber aus dem Finanz-YouTube-Bereich, die sich auch quasi dahingehend konvertiert haben und jetzt lieber Meinungskontent machen als, äh, als Finanzkontent oder es gibt andere, die Panik verbreiten. Sagen wir es, wie es ist, Lisa Oh. Sagen wir es, ja. Sagen wir es, wie es ist. Ja, das muss man doch mal sagen dürfen hier. Und, äh, nee, also gerade Crash-Propheten, die dann auch ihr Geld damit verdienen, indem sie Panik verbreiten und dich dazu animieren, ihr Gold zu kaufen, ihre Fonds zu kaufen oder irgendwelche Investment-Reports zu kaufen. Ähm, ja, und vielleicht, um das nochmal richtig darzustellen, dass jetzt wirklich jemand diesen Menschen da beschimpft, ich kenne den auch nicht, ähm, ich weiß, er scheint wohl wirklich Lehrer zu sein, auch ein bisschen was mit den Öffentlich-Rechtlichen zusammen zu machen. Also, er hat nicht Marktgeflüster gemeint, dass er das jetzt wirklich denkt. Wobei, wir hatten ja auch schon mal, mir hat ja jemand in den Kommentaren mal vorgeworfen, weil ich irgendwie diesen Witz gemacht habe, dass die EU immer noch nicht die scheiß Zeit umgestellt hat. Hat irgendjemand in den Kommentaren auch einen ganz langen Text geschrieben, dass das, ähm, dass man sowas nicht sagen darf. Und das würde bloß die, das, das, das Vertrauen in die Demokratie erschüttern. Wenn jemand das Vertrauen in die Demokratie erschüttert, ja, dann ist es, dann ist es Trade Republic. Aber, ähm, das haben wir ja vor zwei Folgen drüber gesprochen. Was ich krass finde, ist in diesem Beitrag... Und wir wurden gerügt dafür. Wir wurden gerügt dafür. Was ich krass finde in diesem Beitrag, dieses Bild da, dass du da siehst, das seht ihr jetzt alle nicht, aber da ist halt irgendwie so ein Typ, der so schreit. Ähm, das ist Midjourney. Das, ähm, ist quasi AI generiert. Ach, echt, das ist... Ach, echt, okay, krass. Das finde ich sieht... Midjourney macht ewig krasse Bilder. Ähm, ich glaube, die Hauptapplikation von Midjourney ist, dass man Jerome Powell als Weihnachtsmann darstellen kann. Aber das sieht echt krass echt aus. Okay, ja, stimmt. Also, ich habe vor kurzem auch von T3N ein Quiz gesehen auf Insta, wo sie dir Bilder zeigen und sagen, AI oder echt. Und du kriegst sie nicht auseinandergehalten. Ja. Hier, apropos, äh, umstrittene Crash-Propheten. Das hier ist die Titelseite einer, äh, der Wirtschaftswoche. Die habe ich gerade reingepostet. Ja. Vom 19., also dürfte eine Woche her sein. Allerdings habe ich kein Premium-Abo, kann deswegen nicht lesen. Deswegen weiß ich nicht, ob das einfach nur krasser Clickbait ist. Aber der Titel lautet, ist der umstrittene Investor Florian Homm wieder abgetaucht? Seine persönliche Internetseite bleibt schwarz. Der hochpreisige Investmentclub für Florian Homm, äh, führt Florian Homm nicht mehr im Namen. Nicht etwaige Vergangenheit hat den Ex-Multimilliardär und Ex-Fondsmanager, Ex-Hedgefondsmanager eingeholt. Die Antwort ist profaner. Was die Antwort ist, weiß ich aber nicht. Außer du hast ein Handelsblatt, ein Wirtschaftswoche-Plus-Abo. Multimillionär, nicht Milliardär. Da stand Milliardär, oder? Da steht Millionär. Ah ja, okay, sorry. Nee, aber er, also ich habe, aber ich habe mich jetzt auch schockiert. Ich meine, er ist ja damals, da gibt es übrigens eine sehr gute Dokumentation auf YouTube über ihn, wo er selber auch auftritt und das Ganze erzählt. Ja, nee, aber er ist ja wirklich abgehauen damals. Also als er doch seine Asset-Management-Gesellschaft hatte, ist er von einem Tag auf den anderen verschwunden. Und ist dann erst einige Zeit später wieder aufgetaucht. Das erzählt er dann auch ein bisschen in diesem Ding. Also guckt euch unbedingt diese Dokumentation an. Vor allem das Ende, als er sagt, er will mit Finanzen nichts mehr am Hut haben, geht ins Kloster und er schwört dem Ganzen ab. Dann hört es einfach auf. Und kurze Zeit später kommt sein Börsenbrief raus, der ziemlich teuer ist, finde ich. Ich weiß nicht mehr wie viel, aber es sind schon ein paar hundert im Monat, wo du die heißen Tipps bekommst. Hier 99 Euro und hier 149 Euro. Ah, okay, also. Aber dafür gibt es auch einen monatlichen Hedgefonds-Report. Ich kenne den natürlich nicht, aber ich unterstelle jetzt einfach mal, das schreibt er wahrscheinlich von der HSBC ab. Da kriege ich nämlich sogar einen wöchentlichen Hedgefonds-Report. Und ich zahle nichts dafür. Ja, keine Ahnung. Ja, aber das so zum Thema, er möchte mit Finanzen nichts mehr zu tun haben, ja. Aber warum ist er jetzt abgetaucht? Keine Ahnung. Wir werden es nie rausfinden. Außer jemand ist bereit, einen Euro für vier Wochen kennenlernen, ein Abo zu bezahlen. Die Webseite ist auf jeden Fall wieder da. Also ich glaube, es ist irgendwas anders gewesen. Wahrscheinlich, weil es ist Clickbait. Aber hat mich für einen Moment, hat es mich auch schockiert. Ja, als ich es rüberkopiert habe, ne? Weil der HOM, also das muss man jetzt schon mal sagen, ich meine, vieles, was da jetzt mittlerweile verkauft wird, halte ich für nicht sinnvoll. Aber der HOM unterscheidet sich schon von den ganzen Clowns, die da rumlaufen durch die Tatsache, dass der halt wirklich mal einen Fonds gemanagt hat und das auch nicht schlecht gemacht hat. Ja. Und wo es ja Dortmund-Management unter Druck gesetzt hat. Er sagt auch immer, er hat die saniert, gell? Da äußere ich mich jetzt nicht. Ein paar hundert Euro, sorry, war aufs Jahr bezogen. Also es gibt jetzt, es gab, hier, ich habe ein Screenshot bei uns im Discord, das Plus-Abo sind nur 650 Euro im Jahr und das Basic nur 450. Ah, weißt du, dann war das was anderes. Ich habe gerade den Börsenbrief aufgeklickt. Es gibt ja den Investment-Club, hast du gesagt. Ach, den gibt es auch noch. Anscheinend, weil das, der Investment-Club hier ist was, das sieht ein bisschen nach ihm aus. Aber vielleicht haben sie da auch den Namen wirklich rausgemacht, weil da ist kein Name von ihm da. Verrückt, verrückt, verrückt. Naja. Naja. Sollen wir zu, zu, zu sinnvolleren Dingen wiederkommen? Ja, vielleicht bleiben wir gerade noch Thema rechtes, rechtes Spektrum. Was? Nix. Mach, 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 mach. Ich weiß ja, was ihr alle immer mit, ich will über Finanzen sprechen. Ach so, ja, aber es geht ja um die Sparkassen. Die Sparkassen haben Angst, dass mehr AfD-Politiker in den Verwaltungsrat aufgenommen werden müssen. Außerdem müssen die Sparkassen als AfD, also anerkannte Partei und so weiter, müssen sie weiter Konten führen. Und je mehr AfD-Politiker in den Landräten und so, also in diesen ganzen politischen Institutionen sind, desto mehr werden sie auch im Sparkassen-Dingsbums-Verwaltungsrat sitzen und dort mitsprechen können. Danke, weiter. Ich frage mich gerade, was du in so einem Sparkassen-Verwaltungsrat eigentlich machen kannst. Kekse essen und Kaffee trinken. Ja, genau. Eigentlich kriegst du doch wahrscheinlich ein bisschen nettes Geld und hast halt deine Meetings hin und wieder. Also ich kenne auch ein paar Kollegen, die halt in so verschiedenen solchen Räten sitzen und kommen halt dann mal und dann gibt es halt kurz einen Marktkommentar. Also es macht schon Spaß. Sorry. Du, gleich wird der, der Kanal ist schon mal gesperrt worden auf YouTube. Stimmt, stimmt. Deswegen brauchen wir die 4.000 auf den Händen. Deswegen, genau. Sonst kriegen wir den blauen Haken nicht. Der blaue Haken. Oh Gott. Jetzt wird es langsam absurd. Du merkst es. Du merkst es. Komm, wir wechseln nach China. Wir wechseln eine lupenreine Demokratie, wo es diese Art von Problemen nicht gibt. Sprechen wir über China. China. Weiß nicht, was du meinst mit diesem komischen Land. Es gibt das Land China auf jeden Fall. Das gibt es sogar zweimal auf der Erde. Einmal ein groß und einmal ein ganz kleines Insel vor dem anderen Land. Aber nee, das ist total lustig. Das wollte ich bloß mal erwähnen, weil wir haben das ein paar Leute geschickt und ich gehe davon aus, dass einige Leute aus unserer Community es auch gelesen haben, weil es wirklich über alle Kanäle ging. Snowball Derivatives feed Chinas Stock Market Avalanche. Also Schneeball Derivate. Okay, jetzt wird es langsam wirklich absurd. Jetzt wollte ich gerade den Satz vorlesen. Stock Markets in Hongkong and in Mainland China, Klammer auf SS, Klammer zu, plunged on Monday. Also jetzt sind wir wieder bei diesen Zeichen. Die sind echt überall. Ne, also wesentlichen ist das Argument, dass ihr überall lesen könnt. Es gibt sogenannte Schneeball Derivate, die sind im Prinzip vereinfacht, kannst du dir vorstellen, solange der Markt in einer bestimmten Range bleibt, sammelst du einen immer größer werdenden Coupon an. Das ist der Schneeball. Und wenn der Markt nach oben ausbricht, dann zahlt... Der Coupon wird aber nicht ausgeschüttet, sondern der kumuliert sich. Ja, gibt es glaube ich beides. Also nicht Alberts Einstein, achtes Weltwunder. Nicht das achte Weltwunder, genau. Und wenn es irgendwie steigt, dann kriegst du Ende des Zertifikat und du kriegst zurückgezahlt mit Coupon. Und wenn der Markt aber zu sehr fällt und nach unten ausbricht, dann bist du plötzlich in den Markt investiert. Dann hast du Marktrisiko. Also wenn der Markt quasi mehr als 30 Prozent fällt, dann kriegst du quasi am Ende der Laufzeit die Aktie eingebucht. Oder in dem Fall jetzt den Index ausgezahlt. Wo ist ja jetzt der Unterschied zur Wandelanleihe, nur weil der Coupon sich irgendwie kumuliert und nicht ausgeschüttet wird, oder? Bei der Wandelanleihe ist es ja so, dass du eigentlich eine Anleihe hast und wenn die Aktie zu stark steigt, also dann hast du noch Aktien upside mit dabei. Also da hast du eigentlich schon, wenn die Aktie fällt bei einer Wandelanleihe, dann kriegst du eigentlich dein Nominal zurück, egal wie tief sie fällt. Ah, okay. Aber da gibt es noch das andere, Aktienanleihe. Ja, genau. Also Convertible ist die normale Wandelanleihe und du meinst Reverse Convertible, die Aktienanleihe. Die ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich, kann man sich vorstellen, zu diesen Schneeballen. Nur dass der Schneeball wie ein Autocallable, um jetzt die ganzen Begriffe zu erwähnen, der Schneeball ist so eine Mischung aus Aktienanleihe und Autocallable, kann man sich das vorstellen. Den Podcast-Hörern kann ich wärmstens empfehlen, mal in YouTube reinzugucken, da erklärt Holger gerade sehr viel mit seinem Finger. Okay, wir haben verstanden, was diese Schneeball, die chinesischen Schneebälle sind und was machen die? Was ist das Problem? Ja, gar nichts. Aber alle Zeitungen schreiben, wenn die Aktien zu weit fallen und quasi das untere Level der Schneebälle getriggert wird, dann würden die Banken als Hedge massiv den Index verkaufen. Also, ja, ich, 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 ja. Aber eigentlich passt doch, dann schmilzt der Markt und dann fällt er noch weiter. Also die Banken würden dann massiv als Hedge irgendwie den Index verkaufen und das schreiben alle. Das schreibt Reuters, das schreibt Bloomberg, das schreibt, gut, Yahoo Finance ist jetzt nicht so die seriöseste Quelle, aber die tun es auch schreiben. Und das Problem... Wenn du mal Albert Warnecke beleidigen musst. Wieso Albert Warnecke? Der war bei Yahoo. Äh, ach so. Egal. Ja, sorry. Das ist erreich geworden. Sorry für meinen unqualifizierten Zwischenruf. Niemals würde ich den Albert beleidigen. Der war, glaube ich, bei Yahoo, als Yahoo noch erfolgreich war und hat dann Mitarbeiteraktien und so weiter. Ja, das Problem ist bloß, also es machte halt keinen Sinn für mich. Ich habe ja solche Produkte in der Bank gemacht und dieses Argument, wenn das zu weit fällt und dann dieses Trigger-Level gehittert wird, warum dann die Banken den Index shorten würden, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das habe ich auch nicht verstanden. Weil die kriegen das ja einge... Wobei doch, 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 klar, du kriegst niedrigere Werte, also 30% tiefere Aktien eingebucht. Und dafür müssen die Aktien ja erstmal fallen und deswegen willst du dich absichern. Ja, aber die Bank sichert das ja nicht ab. Der Kunde hat ja das Risiko. Also im Wesentlichen ist das ein Future und von mir ist es ein Down-and-Output, wenn du es irgendwie basteln möchtest. Da wird überhaupt kein Future geshortet. Und ich habe dann auch mit mehreren Leuten aus der Industrie gesprochen, das konnte sich halt keiner erklären. Und dann habe ich Gott sei Dank, die Financial Times hat das auch mal, hat auch einen Artikel dazu geschrieben, hat jemand von JP Morgan interviewt, der auch nochmal erklärt, dass es absoluter Bullshit ist. Also es stimmt einfach nicht. Das hat irgendjemand geschrieben und dann haben alle von anscheinend abgeschrieben. Bis Bloomberg und Reuters hoch. Das fand ich lustig. Ja, bisher im Endeffekt ist ja immer so, die Hot Story ist so, was gibt es für mögliche Brandbeschleuniger im Markt? Genau. Wenn der Markt runtergeht, was sorgt dafür, dass es noch schneller runtergeht, noch aggressiver und so weiter. Bei uns in Covid waren es die Riester-Renten gewesen, die auf einmal alle ihre Dinge verkaufen mussten, um sich abzusichern. Aber viel wurde diskutiert über die Zero-Day-To-Expire. Was ist mit denen eigentlich? Wir hatten die schon lange nicht mehr im Titel drin. Die Riester-Rente hat in Covid dann teilweise mega gut performt. Ein Kollege von mir hat auch eine, ich habe nur einen Riester-Bank-Sparplan, aber ein Kollege von einer hat dieses klassische Ding, ich glaube von der Union, wo du Aktienfonds und Anleihefonds hast. Wenn die Aktien zu stark fallen, schiften sie dich forever in den Anleihefonds rein. Genau. Und der hat halt 30 Jahre Laufzeit, 30 Jahre Duration. Und wenn dann die Zinsen halt ein bisschen fallen, wie bei Covid, dann schießt es halt diese Anleihen massiv nach oben. Also 2020 und wahrscheinlich 2021 war ein richtig gutes Jahr für die Riester. Moment, beim Umschichten, beim Umschichten haben ja voll viele Leute Geld verloren. Es ging ja, also die Aktien sind 30 Prozent runter oder meinetwegen nach 20 Prozent haben sie Reißleine gezogen und die hast du ja dann quasi eingebucht gekriegt, sodass du den ganzen Aufstieg danach nicht mehr drin hattest. Genau, das ist richtig, aber wenn du vorher schon ganz viel Anleihen eingebucht bekommen hast, weil du die schon länger hast, die Anleihen haben gut beformt. Aber halt letztes Jahr dann nicht mehr. Weniger, ja. Stimmt, ich habe gar nicht mehr in die Jolo-Wette reingeguckt. Ich wollte eigentlich in die Jolo-Wette ein Update zu österreichischen Dings hier, Staatsanleihe geben. Schauen wir doch mal. Österreich. Immer wenn ich 100-jährige Österreicherin eingebe, kommen wir auf ganz komische Seiten. Ja, also heute Abend, wir können uns das ja auch heute Abend anschauen, denn wir haben ja die Ehre zusammen zu streamen. Mal gucken, ob ich den Stream danach online lasse. Die letzten Streams konnte ich tatsächlich nicht online lassen, weil jedes Mal, wenn ich den Co-Pilot zeige, habe ich das Problem, dass auf die ein oder andere Weise irgendwas von mir geleakt wird. Und dann muss ich den Stream danach immer down nehmen. Also ich habe jetzt schon an meine private Mailadresse Mails gekriegt. Ja, das ist halt kacke. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen und dann kann ich die Streams zukünftig auch wieder online lassen. Aber das ist doch, ich dachte, das ist public, dass da eine private E-Mail-Adresse hottie24.gmail.com ist. Genau, genau. Ja, danke, dass das jetzt nochmal... Doi, hätte ich jetzt nicht für irgendwas. Müssen wir mal rauspiepen dann. Hottie. Okay, also Bottom Line, China, alles gut. Ja, vielleicht nicht unbedingt alles gut. Vielleicht sprechen wir im Marktzeug ja noch mal kurz über China. Aber also diese Headlines sind auf jeden Fall Unsinn. Okay, sehr gut. Myth-Busting bei Holger. So, also US-Wahlen, haben wir jetzt nächsten Punkt da stehen. Da ist ja die Medienlandschaft wieder voll. Eine Dame hat sich dazu auch geäußert, aber dazu gleich mehr. Was ist los? Wer wird der nächste US-Präsident? Keine Ahnung, aber im Moment sieht es nach Herrn Trump aus. Herr Biden, es waren ja quasi die Vorwahlen. Und da waren jetzt die Vorwahlen in New Hampshire Anfang der Woche. Das war bei den Republikanern die zweite. Und bei den Demokraten ist es fragwürdig. Das Witzige ist, dass diese Wahl halt für beide ganz komisch war. Also sowohl Biden als auch Trump haben gewonnen, ihre jeweiligen Vorwahlen. Aber Herr Biden hat zum Beispiel im Vorfeld gesagt... Vorwahlen heißt, du musst der gesetzte Kandidat in deiner Partei sein, ne? Genau, genau, genau. Dass du überhaupt als Präsident antreten darfst. Und das Witzige ist, Herr Biden hat von vornherein gesagt, er erkennt die Wahlen in New Hampshire nicht an und will auch gar nicht antreten. Weil New Hampshire war immer die allerersten, die die demokratischen Vorwahlen machen durften. Herr Biden wollte aber, dass es dieses Jahr South Carolina ist. Und dann haben sie quasi offiziell gesagt, South Carolina macht die Ersten. Aber die demokratische Partei in New Hampshire hat gesagt, fuck it, wir machen es trotzdem vorher. Und dann hat die hauptdemokratische Partei gesagt, fuck you, dann erkennen wir einfach deine Wahl nicht an. Und dann stand Herr Biden gar nicht auf dem Wahlzettel. Weil das aber dann so peinlich gewesen wäre, haben sie dann eine Write-in-Campaign gemacht, dass quasi die Wähler hingegangen sind und einfach unten Herrn Biden noch draufgeschrieben haben, sodass er noch knapp über 50 Prozent der Stimmen bekommen hat. Und davon musst du dann die Leute, die in den Wahllokalen standen, überzeugen, da noch schnell Biden draufzustreiben, händisch. Genau, genau. Du musstest händisch quasi seinen Namen irgendwie draufschmieren, dass er noch gewinnt. Und wenn du einen Rechtschreibfehler gemacht hast beim Namen? Ja, es war, glaube ich, irgendwie ein größerer Prozentsatz, der nicht zugeordnet werden konnte. Ich weiß nicht, ob es am Ende dann aufgelöst worden ist, aber zumindest direkt nach der Wahl hieß es irgendwie, das waren Write-ins, die sie noch nicht zuordnen konnten. Das war schon ziemlich geil, aber bei Trump fand ich es noch geiler. Die republikanische Partei hat nämlich offene Primaries in New Hampshire. Das heißt, jeder darf hingehen und wählen, nicht nur Republikaner. Und dann sind ganz viele Demokraten hingegangen, um seine Gegenkandidatin zu wählen, dass der Trump nicht gewinnt. Und? Hat es gereicht? Nee, hat nicht gereicht. Der Trump hat trotzdem gewonnen. Okay, krass. Das ist jetzt so viel Support in der eigenen Partei, dass selbst wenn die anderen Parteimitglieder gegen ihn wählen, es nicht reicht. Das ist ja schon fast beängstigend. Nur 47 Prozent der Leute, die abgestimmt haben in den republikanischen Primaries, nur 47 Prozent waren Republikaner. Echt? Okay, krass. Das heißt, es gibt vielleicht sogar Demokraten, die für Trump gestimmt haben. Ja, wobei, nee, ich glaube, er hat sogar weniger Stimmen gehabt als seine Gegenkandidatin, aber weil die Wahlbezirke so verteilt sind, wie sie verteilt waren, konnte er mit weniger Stimmen trotzdem gewinnen. Ja. Klingt alles nach einer Astrein- Lupen muss sein. Genau, lupenreine Demokratie. Sehr gut. Okay. Was haben wir noch? Oh, ah ja, hier, ich habe ja ein Thema mit eingebracht. Sieben Prozent Stonks to the Moon, no joke, trust me, bro, sagt Vanguard. Das muss ich gleich sehen. Da muss ich erst mal kurz mein Fenster zumachen, weil... Sonst hören es die Leute draußen und werden ganz entsatzt. Nein, draußen werden Kinder am Schreien. Ja, Vanguard hat einen ganz amüsanten Report. Es kam hier von Markus. Markus hat es hier eingereicht als Thema. Und sagt dir hier, dass da ist noch ein gutes Glaskugel-Thema. Vanguard, also jedes irgendwie große Investmenthaus, was auf sich hält, beschäftigt ja einen eigenen Volkswirt oder wenn du wirklich was von dir hältst, eine ganze volkswirtschaftliche Abteilung. Frau Lagarde hält von den Leuten eher weniger, aber dazu gleich mehr. Aber die Leute von dir auch nichts. Dazu auch gleich mehr. Und diese Abteilungen sind dann dafür, ein Economic Outlook zu formulieren, auf den natürlich niemand intensiviert ist. Also du kannst einfach mal was sagen und wenn es nicht stimmt, dann ist es nicht schlimm, dann würde dich auch keiner nachjudgen. Häufig, häufig, häufig das so beobachtet. Sagen wir es sowieso. So. Und Vanguard hat tatsächlich Renditeerwartungen rausgegeben für die nächsten zehn Jahre, für verschiedene Bereiche. Und siehe da, Entschuldigung. Da muss Holger gleich niesen, wenn er das sieht. Und siehe da, also die erwartete Rendite für Global Equities, also für Aktien, developed, liegt zwischen sieben und neun Prozent. Also dieses, der gesetzliche, der, wie nenntest du es immer, der grundgesetzlich festgehaltene Anspruch, dass Aktien sieben Prozent PA machen, ist weiterhin gesichert. Wir können sogar auf neun hoffen. Problematischer wird es in den Emerging Markets, da wird gesetzt, oder wird spekuliert zwischen 6,6 und 8,6 Prozent. Und da stelle ich mir die Frage, wo Faktorprämie Political Risk? Soll ich da jetzt eine Antwort drauf geben? Ja, hast du. Faktorprämien sind ja sowas wissenschaftlich, so ein bisschen der Wissenschaftler im Podcast. Weiß ich nicht, ob ich mich als sowas bezeichnen würde, aber ich habe zumindest so einen Zettel, wo das im Wesentlichen draufsteht. Ich bin nicht so der Fan von diesen Faktorprämien. Ich glaube auch nicht so wirklich daran, sondern das ist halt der Anomalie, die man festgestellt hat. Das Interessante ist, dass die halt nicht verschwinden, manche. Könnte man mal nur einen Podcast über Faktorprämien machen, aber dass du jetzt für Political Risk eine Faktorprämie hast, I don't know. Das geht ja auch ein bisschen in diese generelle Richtung. Wenn du was mehr Risiko hast, dann muss es auch mehr Rendite haben, aber das stimmt ja nicht. Es steht zwar in jedem Lehrbuch drin, aber es ist sicherlich falsch in der Praxis. Na, ich würde schon sagen, also, na, wie soll ich, das, also du sagst mal so, wenn du mehr Rendite haben willst, von, angenommen, du hast ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis, kaum Risiko, auch kaum Rendite. Und jetzt wirst du deine Rendite steigern, dann wirst du das nicht hinbekommen ohne erhöhtes Risiko, oder? Dem würde ich widersprechen. Dem würdest du widersprechen, okay. Dem würde ich widersprechen. Also, es gibt ja schon offensichtliche Sachen, Markowitz hat ja schon gesagt, Diversification is the only free lunch in Finance. Also, du kannst ja schon zwei Portfolien bauen, die beide dieselbe erwartete Rendite haben und das eine ist halt deutlich risikoreicher als das andere, jetzt gemessen an Vola, VAR, was du halt immer heranziehen möchtest. Ja, gut, okay, aber dann nehmen wir das Optimiertere von beiden, also eine gegebene Rendite bei minimalem Risiko. Ja, dann geht's nicht mehr. Genau, dann geht es nur noch, indem du das Risiko erhöhst. Ja, genau, wenn du dann mehr willst. Also, angenommen, du hast das beste Rendite. Also, angenommen, deutsches Tagesgeld, ne, beste, beste, bestes Produkt on Earth. Null Risiko unter 100.000, sagen wir es mal so, unter 4%. So, wenn du aber 6% haben willst, dann musst du ein höheres Risiko eingehen. Sprich, in irgendwelche unseriöseren Länder, oder nicht Länder, aber zu unseriöseren Banken gehen. Oder in Aktien investieren, was ja auch risikoreicher ist, wenn Risikoschwankung ist. Das heißt, wenn du deine Rendite erhöhen willst, geht es nur mit mehr Risiko einher. Was aber im Umkehrschluss nicht heißt, dass je mehr Risiko, desto mehr Rendite. Das ist nämlich der Umkehrschluss, der oft falsch verstanden wird, finde ich. Ja, aber es ist ja, da gebe ich direkt... Es gibt ja auch dummes Risiko, für das du nicht kompensiert wirst. Genau, wie dummes Geld zum Beispiel, also ETFs. Nee, aber was ich meinte, ist, die Aussage quasi, dass mehr Rendite immer mit mehr Risiko einhergeht, die ist falsch. Und die wird auch nicht richtig, nur weil du ein Beispiel findest, wo es so ist. In der Allgemeinheit ist die Aussage falsch. Aber es gibt natürlich Fälle, bei denen es so ist, dass nur mehr Rendite mit mehr Risiko einhergeht. Aber es ist halt nicht immer so. Okay, aber in diesem Markowitz-Modell ist es ja so, also da hast du immer das optimale Risikorendite-Verhältnis sozusagen. Also wenn du auf dieser Kurve bist, auf dieser KPM-Kurve. Auf der Effizienz-Kurve, ja genau, wenn du auf der Effizienz-Kurve oben bist, hast du quasi, wobei man natürlich da viele... Und auf dieser Kurve gilt ja dieser Zusammenhang, oder? Ja genau, auf der Kurve, genau. Nicht außerhalb der Kurve, nicht der KPM-Kurve mit dir. Genau, wenn du es einschränkst, dann, aber das ist eine wunderschöne Formulierung, die klaue ich dir für meine Vorlesung. Auf der Kurve gilt es und nicht außerhalb der Kurve, nicht geil, ja. Ja, ich mache ein Finassos-Video dazu, dann darfst du das nicht sagen, sondern du musst dann immer das Video abspielen. Ja, ist noch besser, dann muss ich nichts erzählen. Das ist eh der Traum, ich komme in die Vorlesung rein. So, heute schauen wir uns mal das Video an vom Thomas. Hier, Knassos-Video. Genau. Also heute gesponsorst, scalable capital, das geht mir mal kurz. Ja, die Affiliate-Links mit ausgedrucktem QR-Code erstmal an alle. Hey, ist eine geile Idee. Gutes Business-Modell, mal gucken, was die Hochschule dazu sagt. Ich muss das mal richtig klären lassen, ja. Ja, aber dann nochmal darauf zurückzukommen, auf diese Effizienz-Markt-Linie. Das ist ja quasi ein voll, also in der Theorie ist es ja quasi alle Aktien dieser Welt. Also das maximal diversifizierteste Portfolio, das ultra diversifizierteste Portfolio, was du dir vorstellen kannst. Und für dieses eine Portfolio gilt ja dieser Zusammenhang. Mehr Risiko, sorry, mehr Rendite geht nur mit mehr Risiko, oder? Wenn du am Diversifikations-Maximum bist. Ja. Weil dann gelten ja die Einzelfälle, die einzelnen Aktienpositionen. Wenn du alles, ja, ja. Genau, wenn du auf dieser Kurve oben bist und keine neue Aktie dazunehmen kannst, um die Kurve zu verändern. Und ich glaube, darauf baut das immer auf, wenn du halt sagst, wenn du halt sagst, deine Risiko oder das Risiko, was du im Aktienmarkt bekommst, im diversifizierten Aktienmarkt, ist eine Kompensation für dein Risiko. Und du kannst ja theoretisch dein Risiko ins Unendliche steigern, nämlich du kaufst einmal das Marktportfolio und dann kannst du noch mit Leverage arbeiten. So ist es ja in der Theorie. Und du kannst dein Risiko reduzieren, indem du das Marktportfolio kaufst und risikofreies Zeug dazu. Cash, genau. Cash beimischt. Genau, dann kommst du mit der Tangential-Linie immer weiter nach links und ansonsten gehst du immer weiter nach oben. Weil da natürlich die Annahme drinsteckt, dass du zum selben Zinssatz dich leveragen kannst, wie der, den du... Siehst gar zu zweifelhaft aus. Alles gut mit der Verbindung? Fixed, ja. Aber hier, was ich... Okay, gut, okay, gut. Ja, ja, bei mir ist alles gut. Ich wollte mich bloß hier nochmal aufregen bei dem Vanguard-Ding. 4,2 bis 6,2 Prozent. Ich finde das ja, also diese Spanne finde ich so spannend. Also so klein, so kleine Spannen. Also ich gehe davon aus, dass US-Equities considerably developed-Markets underperformen und auch emerging-Markets underperformen. Underperformen. Ja. Vor allem, weil in developed-Markets US-Equities ja ein riesen Bunch sind. 70 Prozent oder keine Ahnung, wie du das messen willst, wenn du... Wenn die dann schon so scheiße performen, wie krass das andere outperformen, damit du im Mittelpunkt auf 7 bis 9 Prozent... Wollte ich gerade sagen, ja. Euro outperformen. Also Long-Dax, oder? Ich kaufe den Kack, aber kauf du mal den Dax, ja. Nee, habe ich nicht. Du weißt doch... Kaufst du echt den Kack? Hast du den Kack im Portfolio? Tatsächlich nur... Ich habe ja keine ETFs mehr. Weißt du doch. Ja, aber hätte ja sein können, dass du hier so als Home-Buy ist. Stimmt, du hast ja alle verkauft. Ja, ich kann mich erinnern. Thomas, halt dich fest. Ja, bitte. Inflationsdaten sind gekommen. US-Kerninflation. Let's go. PCE. Personal Consumption Expenditures. Month on Month in der Headline. 0,2. Erwartet wurden 0,2. Month on Month im Kern. Erwartet wurden 0,2. Es waren, halt dich fest, 0,2. Mehr oder weniger. Ja, es war einfach genauso, wie erwartet. Nee, alles exakt in line mit den Erwartungen. Das Einzige, was minimal abweicht... Aber 0,2 was? Ja, Prozent. 0,2 Prozent. Ja, 0,2 Prozent. Mehr, mehr, mehr Inflation oder weniger Inflation? Plus, 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 plus Mann zu Mann. Plus, Mann zu Mann. Ah, mehr Inflation. Okay, verstehe. Die Headline war im Kern 2,9 gegen 3,0 erwartet. Leicht, leicht tiefer als gedacht. Aber das interessiert den Markt so eher weniger. Passiert eigentlich nichts. Sorry, ich wollte dich jetzt nicht aus deiner Dynamik rausreißen. Tut mir sehr leid. Ich habe mich so an die Lehrer erinnert, die dann früher immer gesagt haben, was denn? Äpfel oder Birnen? Einheiten. Wir haben auch gleichzeitig noch ein Connection-Delay drin. Sorry, darf ich... Ach so. Aber okay. Komm, dann bringe ich deine Stimmung wieder auf Schwung. Ich weiß, was dir Freude bereiten wird. Hier auch wieder Steilvorlage von Markus. Hat er mir vor, keine Ahnung, ein paar Tagen reingespielt. Und hat gesagt, hier, was für ein Marktgeflüster-Podcast. Ein Artikel von der Europäischen Zentralbank, also nein, von der Financial Times zur Europäischen Zentralbank. Wir haben ja schon mehrfach drauf angespielt heute. ECB-Staff says Christine Lagarde doing poor job as a president. Union survey finds. Also, das erste Learning, was wir haben, die Europäische Zentralbank hat eine Gewerkschaft. Im Gegensatz zu dir, wie ich das scheinbar erfahren habe. Das finde ich schon mal super spannend. Und die ist ein bisschen pisst auf Lagarde. Sie schneidet deutlich schlechter ab als ihre beiden Vorgänger Trichet und... Wie hieß der andere? Draghi. Draghi. Whatever it takes, Draghi. Und, ja, die große, was man ihr quasi vorwirft, ist, dass sie too frequently sich in Politik einmischt. Unter anderem hat sie sich vor kurzem oder diesem Monat geäußert, dass eine Neuwahl von Donald Trump ein clear threat für Europa wäre. Wie stellst du dazu? Du bist ja großer Christine Lagarde-Fan, wie man weiß. Also, ich bin der Meinung, dass sie sich eigentlich schon, was das Geldpolitische betrifft, gut ins Amt eingefunden hat. Sie hat halt am Anfang keine Ahnung davon gehabt. Das hat man direkt bei Covid gemerkt, als sie irgendwie gesagt hat, sie guckt sich die Spreads zu Italien nicht an. Das hat den Markt dann sehr verunsichert. Aber was tatsächlich stimmt ist, dass sie deutlich mehr sich über Dinge äußert, die nichts mit der Notenbank zu tun haben. Und das Krasse war, das war, glaube ich, vorletztes Jahr, ist sie dann nicht mal nach Jackson Hole geflogen. Da hat, ohne Entschuldigung, ohne Begründung, hat sie Frau Schnabel geschickt. Was eh besser ist, weil Frau Schnabel mehr Ahnung von dem Zeug hat. Aber sie ist gar nicht hin und am selben Wochenende ist irgendwie so eine Homestory oder irgendwas war da mit ihr in so einem französischen Magazin, glaube ich, erschienen. Also, man sieht schon, dass sie so keinen Bock auf dieses neudige Zentralbank-Zeug hat. Und dann bin ich halt der Meinung, wenn du keinen Bock auf das hast, dann mach halt einen anderen Job. Dann sollst du halt Politikerin wieder werden. Kommissionspräsidentin suchen wir jetzt da noch eine neue, oder? Echt? Ja, wir wählen jetzt dann und dann gucken wir mal, wen die Feudalherren vorschlagen, wer dann gewählt werden darf vom Europäischen Parlament. Wen die Feudalherren vorschlagt, geil. Ja, was ich übrigens auch interessant fand, im Finanzbereich sprechen wir häufig von Conflict of Interest und Bad Governance. Und tatsächlich, warum unter anderem? Also erstens mal, weil Frau Lagarde sich zu häufig über politische Dinge äußert, deswegen gab es ein Poor Rating. Und zweitens, wegen der miserablen Bezahlung, die du bei der EZB kriegst, die haben nämlich nur 4% Erhöhung gekriegt, bis die Union gestreikt hat oder Stress gemacht hat. Dann gab es 4,7, was aber immer noch below letztem Jahres Inflation von 5,4% lag. Achso, ja. Entschuldigung. 8%? Du hast recht. Du hast recht. Ja, ich habe nicht ganz verstanden. Percent Rate, Euro Inflation, genau. Euro Inflation war 5,4. Letztes Jahr haben sie 4% bekommen bei einer Inflation von 8,4 und jetzt haben sie 4,7% angeboten bekommen bei einer Inflation von 5,4. Danke, dass du das anständig zusammenfasst. Ich finde es schon geil, dass sich die EZB-Mitarbeiter darüber aufregen, dass die Inflation ihre Lebensgrundlage wegfrisst. Finde ich, hat schon was Lustiges. Ja, hat schon was Lustiges und ein Conflict of Interest. Eigentlich müssen die doch reverse zur Inflation bezahlt werden. Gut, dann werden sie inzentiviert, für Deflation zu sorgen. Das ist natürlich auch nicht so geil. Aber als du zum Beispiel sagst, du kriegst einen gewissen Pay-Race, wenn du genau bei Inflation auf 2% liegst, was ja das proklamierte Ziel ist. Und sobald du von den 2 nach oben oder nach unten abweicht, wirkt sich das stark negativ auf deine Gehaltszahlung aus. Das wäre doch eine gute Inzentivierung, oder? Das wäre tatsächlich eine gute Inzentivierung. Man kann natürlich aber sagen, die armen EZB-Mitarbeiter können ja nichts dafür, was das Governance Council entscheidet. Und das hat ja auch nur bedingt direkte Kontrolle über die Inflation. Aber was halt schon schwierig ist, du kannst dich halt nicht hinstellen und sagen, du willst auf der einen Seite, dass die Lohnzuwächse nicht zu stark sind, damit es nicht die zweite Welle gibt. Und dann dich aber, deine eigenen Mitarbeiter beschweren sich, ja, also ich meine, jeder kriegt irgendwie 4% mehr Lohn oder 4,7% mehr Lohn. Außer die Lokführer, die kriegen sicherlich deutlich mehr, nachdem sie das Land in den Abgrund stürzen. Naja, ich habe dieses Wochenende keine Freundin von uns aus Frankfurt, wollte uns besuchen kommen und musste absagen, wegen den Lokführern. Ich frage mich, wann die endlich wegdigitalisiert werden durch AI. Das frage ich mich tatsächlich auch. Also das vielleicht, uns hört sicherlich ein Lokführer zu. Das ist ja mal cool zu erklären, was da so die Aufgaben sind. Keiner Lokführer. Nein, jetzt mal ernsthaft. Nennen wir ihn Christian. Oder Klaus. Entschuldigung. Klaus. Ja, keine Ahnung, also du kannst ja, ist ja wie im Flugzeug, weiß nicht, für was du den Menschen noch brauchst, um halt vielleicht Sachen zu checken. Wobei vielleicht ein Lokführer schon noch mehr macht, als jemand im Flugzeug. Also nichts gegen Lokführer, ich äußere mich nicht zu der Streikdebatte. Ich mag bloß den Wieselski nicht. Das sieht halt auch schon so wie so ein Agro-Deb aus, weil die Leute von der Bahn nicht besser sind. Stimmt. Aber vielleicht dazu mal eine kleine Story aus Paris. In Paris gibt es genau zwei vollautomatisierte Metro-Linien. Und die RATP, also die betreibende Gesellschaft von diesen Metro-Linien, wollte immer schon das weiter ausbauen. Also eigentlich könntest du das komplette Pariser U-Bahn-Netz komplett automatisieren. Also es gibt welche, die sind teilautomatisiert. Warte mal, lass mich überdenken. Und es gibt welche, die sind vollautomatisiert. Es sind halt überall Kameras und die Tunnel sind so ein bisschen besser abgeriegelt und so, dass da keiner reinklettern kann. Und die werden dann halt ferngesteuert sozusagen. Und tatsächlich haben sich da die Metro-Fahrer dagegen gegen diese Volldigitalisierung aufgelehnt mit Streiks und allem drum und dran. Nachvollziehbar, oder? Nachvollziehbar. Gleichzeitig streiken sie aber auch immer sehr häufig und wollen bessere Gelder, weil die Arbeitsbedingungen so katastrophal sind, unten im dunklen Tunnel die ganze Zeit fahren. Wollen so gut bezahlt werden wie ICE-Fahrer. Also fairerweise muss man sagen, ich kann das ja nachvollziehen, wenn man das machen. Wenn ich die Gewalt über das ganze Land in der Hand hätte, dann würde ich es natürlich auch nutzen, um möglichst viel Lohn rauszuholen für mich. Klar. Und so musst du die Kindergärtnerin vorschicken. Danke. Ja, aber Kindergärtner haben ja auch massive Gewalt. Wenn die Gelder sind, dann ist ja Chaos bei vielen da. Dann ist das Problem. Sehr gut. Gehen deine Kids schon in den Kindergarten? Nee, die sind auch noch zu jung dafür. Also Kindergarten darfst du erst ab drei Jahre oder so, glaube ich, oder? Oder ab vier Jahre. Ja, ja, also glaube ich, bin mir eigentlich fast sicher. Kita wäre eine Option, aber. Du bist ganz schön entspannt. Also ich war, also wenn ich mit werdenden Eltern spreche, ist es meistens so, Schwangerschaftstest gerade positiv geworden. Jetzt bewärmen wir uns auf dem Kita-Platz. So ist es gefühlt hier in Berlin manchmal, aber ich kenne mich damit auch nicht genug aus. Nee, so ist es auch. In München ist es sogar so, da musst du eigentlich sogar vor der Zeugung schon den Kita-Platz beantragen. Aber hier bei uns am Land ist es entspannter. Das ist dann wie so ein Heiratsantrag, Schatz. Genau. Möchtest du mit mir einen Kita-Antrag ausfüllen? Geil, perfekt. Gut, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Machen wir weiter mit Lagarde, oder? In der beliebtesten aller Rubriken, dem Marktzeug. Dem Marktzeug. Und ich habe gleich noch eine Idee für eine neue Republik. Republik, ja. Umsturzpläne hier in Deutschland. Nein, eine neue Rubrik. So, ganz kurz, wir haben ja schon ein bisschen Marktzeug gemacht. Wir werden mit Frau Lagarde bleiben. Es war ja EZB-Sitzung plus Entscheid diesen Donnerstag. Ganz überraschend haben sich die Zinsen nicht verändert. Frau Lagarde hat aber das wiederholt, was sie in Davos bei den Herrschenden sowieso schon gesagt hat, dass eine Zinssenkung im Sommer durchaus wahrscheinlich sei. Und sie würde zu ihren Kommentaren von damals stehen. Und Sommer bedeutet natürlich aus Sicht des Markts April. April. Wir sprechen, wir preisen gerade mit 80% Wahrscheinlichkeit die erste Zinssenkung im April ein. Moment, aber als wir im letzten Quartal, also im letzten Jahr noch gesprochen haben, da hast du von 80% Zinssenkung im ersten Quartal gesprochen. April ist schon mal nicht mehr dieses Quartal. Genau. Ich fühle mich verarscht. Ja, das musst du dem Markt sagen, nicht mir. Wir haben tatsächlich eigentlich erst März geglaubt. Das haben aber jetzt langsam ausgepreist in den USA auch. Und dann ist es halt April, ist ja klar. Also muss ja April sein. Aber schade, ja. Schade, dass du das T-Shirt nicht mehr trägst, was ich dir immer geschickt habe. Weil dann hätte ich einen ganz klaren Ansprechpartner für den Markt. Das kann ich das nächste Mal wieder anziehen. Ich habe es vergessen. Dann wissen wir, wer der Markt ist, ja. Und außerdem, nur mal zum Thema Kritik zu bleiben, auf Davos hat sie übrigens auch Economists eine Tribal-Click bezeichnet. Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee. Das ist auch in der EZB, wo ja überwiegend Volkswirte arbeiten. Bitter aufgestoßen hat, sicherlich nicht zu ihrer positiveren Genotung beigetragen, dass sie, die ja selbst keine Volkswirtin ist, das als eine Art Tribal-Click, wie wirst du Tribal-Click benennen? Eine ... Was heißt ein Tribal? Was sind das auf Deutsch? Tribal-Click? Ja, ein Stamm. 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 Ein Stammes-Click. Stammes-Click, aber das hört sich auch komisch an. In Deutsch würde ich sagen Sekte. Komm, bleiben wir. Wie heißt das? Wie heißt das? Sagt man auch immer diese Familien? Aber wie heißt das, wenn du so ganz ... Clans. Ja, Clans. Genau, genau, genau. Clans. Okay. Ein ... Okay, finde ich gut. Ein stämmischer Clan. Ein stämmischer Clan. Hat sich natürlich auch sehr beliebt gemacht dadurch. Garantiert. Ansonsten die PEP Reinvestments, also Pandemic Emergency Purchasing Program. Wir wissen ja, gegen die Pandemie, gegen den Virus hilft nur, möglichst die Geld drucken und Anleihe zu kaufen. Nicht zu verwechseln mit billigem Koks. Genau, nicht zu verwechseln mit billigem Koks. Was übrigens Belgien, glaube ich, seit Jahren ein Problem hat, dass sie zu viel Koks haben und mit dem Verbrennen immer nachkommen. Ich finde, da sollten wir uns mal als gute Nachbarn vorstellen und helfen. Und verbrennen. Genau, verbrennen. Naja, die PEP Reinvestments sollen auf jeden Fall in der zweiten Hälfte des Jahres dann auch langsam weniger werden und am Ende des Jahres soll es stoppen. Also im Moment, wenn quasi so eine Anleihe ausläuft, wird sie das Geld reinvestieren in eine neue Anleihe. Was ja weniger brrrr bedeutet. Also alle haben ja auf mehr brrrr, also mehr Gelddrucken gehofft. Und das PEP-Programm ist ja eines der Gelddruckprogramme. Genau, und das Lustige ist natürlich, dass in den USA diskutiert man jetzt drüber, wie man aus dem Quantitative Tightening wieder aussteigen kann, weil die Bankreserves zu niedrig werden. Und die EZB glaubt irgendwie ernsthaft noch, dass sie in der zweiten Jahreshälfte, zumindest was dieses Programm betrifft, mit dem PSPP machen sie ja schon Tightening, aber dass sie dann mit dem PEP-Tightening auch noch anfangen können. Schauen wir mal, ob es überhaupt dazu kommt. In den USA sieht es ja eher danach aus, als stoppen die jetzt dann langsam. Ja, aber das ist ja auch ein anderes politisches Umfeld. Ja, das generelle Zentralbanksystem, sage ich mal, ist in den USA schon ein bisschen anders. Und in Europa hast du, zumindest habe ich noch nichts gehört, dass du ein Problem hast, dass die Banken zu wenig Bankreserves haben, also im Wesentlichen Einlagen bei der Zentralbank. In den USA ist es aber vor allem bei den kleinen Banken, jetzt wird es immer mehr zum Problem. Okay. Gut, dann erzähl mir mehr über meine Tesla-Shorts. Genau, hier Tesla, 13 Prozent im Minus auf die letzten fünf Tage, heute nicht mit eingerechnet, hatten Earnings gehabt, notably lower Growth Rate wird erwartet für die nächsten Jahre. Top-Line und Bottom-Line Miss, also sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Jetzt nicht mega krass, aber unter den Erwartungen. Das hat dem Markt generell nicht gefallen. Was auch ganz geil war, und ich finde, wir sollten langsam eine Rubrik einführen, den Clown der Woche. Dann darfst du entscheiden, wer der Clown der Woche wird. PayPal, PayPal. Der CEO hat vor ein paar Wochen angekündigt. Dann würde ich sagen, ich hasse PayPal, also Clown der Woche direkt. Ja, aber RWE ist auch heiß dahinter. Okay, okay, gut. Erzähl. PayPal hat gesagt, we're gonna shock the world. Es kommt eine Riesenankündigung am 25. Januar, die Riesenankündigung, we're gonna shock the world. So gestern. Ja, genau, und das war dann halt so irgendwas mit AI, also dass jetzt AI irgendwie, glaube ich, es gibt Cashback und AI kann dann irgendwie von deinen Kunden schauen, was sie sonst bestellt haben und dir so vorschlagen, was du an Produkten noch, also halt alles, was mega langweilig war und nicht, kein the shock the world, Aktie direkt minus 5 Prozent, super Kommunikation. Ähm, aber was ich fast noch besser, Expectation Setting, genau, und wenn wir beim Expectation Setting sind, was ich fast noch besser finde, das ist heute eben passiert, ähm, RWE, und das, ich glaub, die haben den Clown der Woche verdient, RWE hat eine Ad-Hoc-Meldung rausgegeben und in der Ad-Hoc-Meldung schreiben sie, dass das, äh, dass sie die Prognose übertreffen werden. Also die haben noch keine Zahlen, die Zahlen werden erst, ähm, später veröffentlicht. Muss man dafür eine Ad-Hoc-Meldung rausgeben? Äh, Ad-Hoc-Meldungen sind für Negativ-Nachrichten. Ne, die können auch für Positive sein, aber frag mich bitte nicht nach den genauen rechtlichen Dingern. Jedenfalls ist die Aktie 6 Prozent down, nachdem die Ad-Hoc-Meldung sagt, dass sie ihre eigenen, ähm, Prognosen deutlich übertreffen werden. Okay, aber das ist, äh, echt dumm gelaufen, warum? Also Ad-Hoc-Meldung ist, du gibst quasi eine Pressemitteilung raus, wenn sich irgendwas Substantielles bei den Firmenerwartungen geändert hat, bist du verpflichtet als Vorstand bei gewissen Dingen, äh, so eine, so eine, so eine Schnell, Schnellschuss-Meldung quasi raus, die auch schnell über die DPA alle möglichen Ticker ausspielt. Und, äh, dann ist die Aktie gefallen, warum? Genau. Ja, äh, kannst du aus der Ad-Hoc-Meldung nicht rauslesen, aber kurz danach kam, oder im selben Zeitpunkt kam eine Pressemeldung, also das ist quasi nichts, das regulatorische ist die Ad-Hoc, und dann kam eine Presseerklärung noch raus. Da schreiben sie das auch, und irgendwann so am Ende schreiben sie, vor dem Hintergrund der in den letzten Wochen deutlich gesunkenen Energiepreise an den europäischen Großhandelsmärkten erwartet RWE derzeit für 2024 ein geringeres Ergebnis, das an den unteren Bandbreiten des Ergebniskorridors liegt, den das Unternehmen auf seinem Kapitalmarkttag am 28. November 2023 vorgestellt hat. Also schnell die Guidance nach unten genommen, aber so am Ende der Pressemitteilung und das nicht mal in die Ad-Hoc-Meldung reingepackt. Ja, warum hast du, warum hast du die Guidance runtergenommen? Weil, die haben doch gesagt, die werden mehr machen, als sie dachten ursprünglich. Ja, für 23. Ach, für 24. Für 24 schnell die Guidance nach unten genommen. Das hat dem Markt dann überhaupt nicht gefallen. Stimmt, weil an der Börse handeln wir immer die Vergangenheit, ja. Bitter. Ja, das ist echt Clown, also das verdient auf jeden Fall ein Clown-Pünktchen, ja. Also wen haben wir zur Auswahl? Elon Musk, 13 Prozent runter. Oder RWE. PayPal, PayPal mag ich sowieso nicht, gleich schon mal Punktabzug. Oder RWE. Lagarde könnte eigentlich auch auf die Liste, oder? Da haben wir auch viel drüber gelästert heute. Stimmt, eigentlich könnte man das breiter fassen, nicht nur auf eine Sache. Aber du bist auch schon sehr, also nein, das ist immer der Clown der Woche der Gesamtfolge natürlich, oder? Oder wir lassen die Community abstimmen, wer der Clown der Woche dann sein soll. Das ist eine gute Idee, ja. Also zur Auswahl stehen, erstens RWE, zweitens PayPal, drittens Elon Musk, viertens Christine Lagarde, wegen ihren schlechten Noten. Genau, das wäre alles gewesen, oder? Was hatten wir noch? Eins, zwei, drei oder vier in den Chat schreiben. Ich wiederhole es jetzt nicht, weil ich nicht mehr weiß, welche Reihenfolge es war. Wir haben aber keinen Chat, Thomas, wir sind nicht live. Ja, einfach die Kommentare, egal wohin. Sehr gut. Übrigens, Jule hat uns doch zuletzt ein Kommentar geschrieben. Ja. War das ein Marktgeflüster? Ja, es war ein Marktgeflüster. Ich vergesse das immer, wer ist Jule? Ist Jule die Frau oder der Mann? Jule ist die Frau, oder? Jule ist unsere liebe Podcast-Hostin des Finanzfonds. Genau, aber es gibt ja den Jule dann auch noch, glaube ich, oder? Ja, genau. Der heißt aber eigentlich Jorit, aber sein Spitzname ist Jule, so nennt er sich selbst. Und er ist ein Mann, der Social Media macht bei uns. Was hat Jule uns reingeschrieben? Jule ist die Einzige, die sich gefühlt bei uns im Podcast manchmal in den Host, also neben Johannes natürlich, einlädt. Und leider haben wir von Julia ein Feedback bekommen zur Farbe. Leider zu unnötiges Gelaber, in Klammern, Farben bei Banken, unlustige Witzchen. Klammer zu. Message received. Message received. Also, wir dürfen nicht mehr über Bankenfarben reden. Jule haben wir leider verscheucht. Markus' Kommentar war daraufhin gewesen, die einzige weibliche Zuhörerin verloren. Das wissen wir ja, stimmt nicht. Denn als wir das mal gesagt haben, haben sich super viele Frauen gemeldet und gesagt, wir sind auch Marktbeflüsterhörerinnen. Und ja, von daher. Wir können es ja zur nächsten Folge, können wir jetzt mal die Gender-Statistiken rausziehen. Vielleicht sind sie weniger depressing als damals, als wir diese Aussage getätigt hatten. Ja, schauen wir mal, ob wir das finden. Vielleicht gibt es ja da. It's a risk. Ja. It's a risk. It's a risk. Eine letzte Sache hätte ich noch, wenn du bereit bist für was Lustiges. Ich bin bereit. Wir haben doch vor einigen Folgen, das war so vor einem halben Jahr mal, über die Pre-Closing-Calls gesprochen. Kannst du dich an das noch erinnern? Pre-Closing-Calls. Ja. Nee, leider nicht. Hilf mir mal kurz. Das ist, wenn ein paar Wochen vor der offiziellen Bekanntgabe der Quartalsergebnisse ruft die Investor-Relations-Abteilung bei den Analysten an und sagt, wir dürfen uns jetzt noch einmal äußern und einmal Fragen beantworten und danach ist Funkstille, bis die Quartalszahlen raus sind. Genau, richtig. Und da hatten wir gestern, das haben heute schon ganz viele Banken dann auch in ihren Morning-Mails berichtet, also es ging wohl ziemlich um im Markt. Gestern gab es die ersten Pre-Closing-Calls für Adidas. Und Adidas ist wohl nach einem der ersten Calls plötzlich schlagartig binnen einer halben Stunde um ungefähr sechs Prozent nach oben geschossen. Ohne News. Okay. Okay. Und mich haben auch Leute gefragt, wie das eigentlich legal sein kann. Und das Witzige ist, es gibt schon irgendwie Möglichkeiten quasi, wann das Ganze in Ordnung ist. Und zwar, was du natürlich eigentlich, was schwierig ist, wenn du diese Informationen bekommst und dann rufe ich direkt danach den Thomas von Finanzfluss an und der zockt schnell irgendwie Zehnerhebel auf Adidas. Das ist natürlich rechtlich irgendwie unklar. Ich glaube, es ist nicht ganz klar verboten, aber es ist zumindest eine Grauzone. Was du aber machen kannst natürlich ist, wenn du einer der ersten bist, der diesen Call führt, die werden ja schön der Reihe nach geführt, dass du einfach schlagartig mittippst. Und in dem Moment, wo du auflegst, quasi schon deine offizielle Studie am Research-Portal von Goldman Sachs zum Beispiel veröffentlichst. Dann kann, in dem Moment ist ja veröffentlicht und dann kannst du halt irgendwie mit Leuten telefonieren. Gleichzeitig. Also eine Minute später. Das Ding geht public und dann Hausredenorder hinterher. Genau. Wobei du selber ja nicht handelst. Du bist ja ein Analyst. Aber du kannst natürlich dann irgendwie deine Lieblingskunden beispielsweise anrufen und sagen, hey, guck mal, was ich gerade veröffentlicht habe. Was ich gerade herausgefunden habe. Okay, krass. Aber warte mal, diese Analyst-Calls sind ja nicht public. Also sie sind dann halt nur für Institutionals. Ja, es gibt manche Firmen, die machen es public. Also ich glaube, Kion macht es public. Und ich bilde mir ein, das war vor ein paar Tagen, VW, glaube ich, war auch public. Da kannst du dich dann einfach auf deren Website anmelden und einfach reingehen in den Call. Und dann erfahren es alle gleichzeitig. Das ist halt eigentlich die fairere Variante. Bei anderen Firmen ist es halt, die selektieren aus und entscheiden dann halt so eine Reihenfolge. Und wenn du dann irgendwie der Erste oder der Zweite bist, dann weißt du, uh, vielleicht kriege ich da irgendwie tolle Informationen, die ich dann, die ich gleich weiter vermarkten kann, in Anführungszeichen. Spannend. Das war das Finanzflussische. Spannend. I like. Holger, wir haben ja gesagt, in den nächsten Folgen gehen wir mal so nach und nach die Slidos aus unserem letzten Stream durch. Und ich habe mir hier nochmal eine Frage für dich rausgesucht, abschließend, eine abschließende Frage zu diesen Links. Tatsächlich interessant, finde ich das. Weiß auch gar nicht, ob du dich auskennst. Von daher, ich mich auch nicht. Aber umso besser. Dann können wir über was reden, wo man sich auskennt. Hallo Holger, hallo Thomas. Meine Frage wäre, wie sicher ist mein Depot vor Hackerangriffen, Zugangsdatenklau oder auch von der Brokerseite Datendiebstahl etc.? Wie sicher? Ich meine, es ist natürlich erstmal so sicher, wie du es selbst machst, wenn du zum Beispiel wie die SEC bei deinem X-Account Two-Factor-Authentification deaktivierst. Das ist halt dumm. Aber also, was bedeutet denn Hackerangriff? Also ich glaube, in der Vergangenheit gab es so einen Klassiker, da haben Leute bei der Telekom angerufen und sich als irgendwelche Eigentümer von Handynummern ausgegeben und sich eine neue SIM-Karte schicken lassen. Und wenn du die neue SIM-Karte hast, dann kann ich ja mit der SMS-TAN plötzlich auf das Konto zugreifen. Ja. Da ist es glaube ich so, da wurde dann, da ist die Telekom dann schuld und muss irgendwie für den Schaden haften. Ansonsten ist es ja immer schwer, wie soll so ein Hackerangriff funktionieren? Ich brauche ja dein Passwort und dann brauche ich dein TAN-Gerät auch noch, was auch immer das dann ist. Ob das irgendwie ein Push-Up im Handy ist, Push-Up, nee, Pop-Up. Push-Up ist was anderes. Push-Up war was anderes. So ein Pop-Up im Handy ist oder sonst was. Also ich halte es schon für relativ schwer. Aber ich glaube, in der Vergangenheit war es so, wenn du selber nachweisen konntest, dass dich keine Schuld trägt, dann warst du safe. Oder wie siehst du das? Ja, ich glaube schon. Also wenn du, erstens mal, deine Bank ist ja versichert, sollte zumindest versichert sein. Dann, selbst wenn deine Zugangsdaten gehackt werden, ist ja normalerweise ein Referenzkonto hinterlegt. Das heißt, wenn jemand so frech wäre, all deine Aktien zu verkaufen, könntest du dir höchstens auf dein Konto überweisen. Oder er müsste es schaffen, ein weiteres Referenzkonto zu hinterlegen. Und wenn die Bankinfrastruktur gehackt wird, wie gesagt, dann sollten die ja versichert sein, haften, aber zumindest mal mit ihrem eigenen Kapital. Und dann würde die deutsche Einlagensicherung ziehen, würde ich jetzt mal behaupten. Also angenommen, zigtausende Kunden würden gehackt werden, das Geld würde, aber selbst dann, man würde allen möglichen Systeme anschlagen, wenn da massenweise Wertpapiere verkauft werden sollten bei einzelnen Banken. Und ich glaube, ein Einzelkunden kriegt jede Bank selbst entschädigt sozusagen. We speak for yourself, person. We speak for yourself, person, ja genau, okay, sorry. Und dafür, wir haben ja nachher nochmal spezielle Portfolios im Stream. Und genau, wenn du aber selbst Opfer geworden bist, dann muss es wirklich grob fahrlässig von dir gewesen sein, dass du gar nichts zurückkriegst. Also ich glaube, du bist schon recht gut abgesichert. Also angenommen, du nimmst dein Notebook in deinem Online-Banking eingeloggt und stellst es mitten auf den Alexanderplatz und gehst dann irgendwo einen Kaffee trinken. Wenn du dann deine Zugangsdaten verlierst, könnte die Bank eventuell sagen, selbst dran schuld, aber ansonsten bist du, glaube ich, ganz gut abgesichert. Und das heißt, wenn ich mein Notebook zum Beispiel in die Reparatur gebe, mit ganz vielen schwierigen Sachen drauf und dies nie wieder abhole, dann bin ich dran, so wie der Sohn von Herrn Biden, oder? Keine Ahnung, war das der Fall oder was? Ja, ja, das war bei der letzten Wahl, da haben sie dann erst so offiziell mal gesagt, dass das gar nicht sein Laptop ist, aber mittlerweile hat sich herausgestellt, das ist sein Laptop. Er hat sein Laptop in Reparatur gegeben und hat was da drauf gehabt? Ja, also Fotos mit Prostituierten und so weiter und irgendwelche Finanzgeschichten, wo nicht klar ist, ob das alles so sauber war. Vielleicht war es sauber, vielleicht auch nicht, aber die Fotos, die er da von sich selber abgebildet hatte drauf, sind schon lustig. Ne, weißt du, was ich mir dann immer denke, wenn jemand meinen Account hackt und die Wertpapiere verkaufen will? Be my guest, da hast du schon mal Quartal-Notice bei den meisten Hedgefonds. Das heißt, man muss ein Quartal lang eingeloggt bleiben, damit du Geld überhaupt was machen kannst. Wie Spaß. Ich mag dieses Hedgefonds-Lobbying in diesem Podcast. Ich hoffe, ich bügele das bald in den Platz. In Private Equity. Private Equity machen wir jetzt dann bald, genau. Private Equity is the future. Übrigens, wir haben einen Artikel zu LTIFS geschrieben, ging heute Morgen im Newsletter raus. Ich hoffe, du hast ihn schon aufmerksam gelesen. Selbstverständlich, was stand drin? Weiß ich nicht, ich habe es noch nicht gelesen. Dann müssen wir alle gleich den LTIF-Artikel lesen. Weil ich bin ja gespannt, wann die ersten LTIFs auf eurer ETF-Suche findbar sind. Oh, das wäre spannend, ja. Die heißt ja nicht mehr LTIF-Suche, sondern LTIF-Suche. Genau, stimmt. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel letztendlich war. Wir probieren ja immer verschiedenste Titel aus, aber ich glaube, eine Zeit lang war LTIF die neuen ETFs oder sowas. Bin mal gespannt, was Markus da durchgewunken hat. Mona lehnt sich aber den Titel immer weit aus dem Fenster. Ist das so? Ja, da geht mir immer ein bisschen der Puls hoch, aber schlussendlich passt immer alles. Bis jetzt zumindest. Dann sollten wir Mona mal bitten, dass sie uns Titel vorschlägt für diesen Podcast, wenn sie das so gut macht. Ja, dann lass doch den Podcast einfach nennen. Mona hatte keine bessere Titelidee. Okay, dann nennen wir den... Ja, schauen wir mal. Also, Thomas. Olga, genießt das Wochenende bis in zwei Stunden, wenn wir streamen. Genau, bis dann. Ciao. Ciao. Podcast Ende. Bis nächste Woche. Bis nä czasie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schнут,病 in drei Wochen ... Vielen Dank.